Herzlich Willkommen zur heutigen Pressekonferenz, zwei Tage vor dem Schlagerspiel am Sonntag um 16.30 Uhr im Ernst-Happel-Stadion gegen den Eskerabit Wien. Vorab eine Information, die Tickets für das Auswärtsspiel sind sowohl in Graz, erhältlich in der Scheradigasse, als auch dann vor Ort. Plätze sind genügend vorhanden. Franco, letzter Sieg in Wien gegen Rabit. Kannst du dich noch erinnern? Ich war ja zwischendrin mal kurz weg von Graz und davor glaube ich, ich denke mal 2011, in dem Jahr, wo wir Meister geworden sind, haben wir hier zu Hause 3-3 gespielt und im Rückspiel, das nächste Spiel war dann in Wien, haben wir 2-0 gewonnen. Und ja, das war ein extrem wichtiges Spiel damals und danach haben wir noch einige Spiele gewonnen und sind Meister gewonnen. Sieg am Sonntag auch möglich und wahrscheinlich auch das Ziel, oder? Gut, Rabit hatte auch eine schwierige Phase hinter sich, haben jetzt im Derby das letzte Spiel zu Hause gewonnen, sind generell zu Hause sehr stark, ist nach wie vor eine sehr, sehr gute Mannschaft und ja, wir müssen top, top, top spielen, um auch in Wien bestehen zu können. Wir haben jetzt die letzten drei Spiele gewinnen können. Ich glaube, die Mannschaft hat auch sehr, sehr viel Selbstvertrauen getankt, dass ja auch gerade so ein schwieriges Match gegen den WAC, die ja vorher auch einige Spiele umgeschlagen waren, dass wir das dann auch zu Hause gewonnen haben. Das sieht man auch im Training, meine Mannschaft ist sehr engagiert, ja, es gehen viele Dinge viel leichter als vielleicht noch vor einigen Wochen. Und insofern fahren wir mit gutem Mutes nach Wien, wissen aber auch, dass es eine schwierige Aufgabe wird, aber schwierige Aufgaben sind auch dazu da, um sie zu lösen. Haralampos, Luko Janis, 3 wins in a row. Was ist es notwendig, zu konzentrieren auf das nächste Spiel, zu nicht planen für die Zukunft und zu schauen, um das nächste Spiel zu lösen? Es ist sehr wichtig für uns, weil wir haben drei wichtige Begriffe. Wir müssen weitergehen, wie das. Es ist ein sehr guter Team, aber wir sind auch ein sehr guter Team und ich glaube, dass wir gewinnen. Bitte um Ihre Fragen. Die Aufstellung. Welche Umstellungen wird es diesmal geben? Spendlhofer ist ja nicht mit dabei. Auch Kajan ist fraglich. Ja, bei Spendi ist es so, hat noch Nachwirkungen von seiner Gehirnerschütterung von letzter Woche. Er hat auch keine Freigabe von den Ärzten erhalten, am Wochenende zu spielen. Er wird auch erst wieder nächste Woche am Mannschaftstraining teilnehmen. Bei Tancho ist die Situation so, hat gestern wieder das erste Mal mittrainiert. Er war ja verletzt. Gott sei Dank ist er auch Vater geworden. Er hat ja ein gesundes Kind, also nicht er, sondern seine Frau. Ein gesundes Kind hat seine Frau zur Welt gebracht. Also auch da ist er wieder entspannter. Und ja, jetzt wird man sehen, wir werden ja heute und morgen noch zwei Trainingseinheiten absolvieren. Und dann werde ich entscheiden, wer dann für das Spiel am Sonntag 100 Prozent fit ist. Überrascht, dass man jetzt wieder sogar am dritten Platz irgendwie anklopft, dass sich jetzt in den letzten Runden wieder innerhalb von drei Spielen alles gewendet hat? Gut, das habe ich immer wieder betont. Gerade in der Zehner-Liga kann es sehr schnell gehen in beide Richtungen. Das haben wir ja auch miterlebt. Wir haben einige Spiele nur unentschieden gespielt oder gestaltet und haben viele Torchancen nicht genutzt. Und schon haben wir uns auf Platz sechs wiedergefunden. Aber aufgrund der Zehner-Liga geht es auch schnell wieder in die andere Richtung. Nach drei Siegen sind wir jetzt wieder dabei. Klar, hat auch damit zu tun, dass andere Mannschaften auch ihre Probleme haben. Das ist im Prinzip keine Mannschaft bis auf Salzburg kontinuierlich gepunktet hat in den letzten Wochen. Insofern ist die Liga dann nochmal sehr spannend geworden. Wenn man da jetzt am dritten Platz vielleicht kratzt, ist das auch schon irgendwie in den Köpfen jetzt drinnen? Oder heißt jetzt wirklich mal auch von Spiel zu Spiel schauen und schauen, was rauskommt? Weil Punkt der Auslosung hat der Sturm wahrscheinlich das schwerere Programm, das schwierige Programm vor sich. Ja, wir tun gut daran, dass wir uns auf das nächste Spiel konzentrieren, weil vor einigen Wochen war die Situation nicht gut. Also saßen wir auch hier zusammen und haben noch darüber diskutiert, wenn wir in Krötig nicht gewinnen, ob wir uns dann nach hinten orientieren müssen. Jetzt haben wir es Gott sei Dank wieder geschafft, durch drei Siege vor einen Anschluss zu bekommen. Und jetzt ist es einfach wichtig, dass wir bodenständig bleiben, dass wir geerdet sind und dass wir am Sonntag alles investieren. Jeder, da müssen wir wirklich, jeder Einzelne muss am Limit spielen gegen Rapid Wien. Aber wir freuen uns auf das Spiel, weil gerade Spiele Rapid Wien gegen Sturm Graz, das hat die Vergangenheit gezeigt, lebt immer von vielen Emotionen. Auch bei den Fans und darauf freuen wir uns. Wäre es ein sportliches Geburtstagsgeschenk für Sie? Was wollen Sie da auf dem Platz sehen und auch vielleicht im Hinblick auf die Zukunft, im Punkt der Entwicklung Ihrer Mannschaft? Also was am Sonntag passiert hat nichts mit meinem Geburtstag zu tun, sondern wichtig wird sein, dass wir am Sonntag konsequent sind in allen Richtungen. Dass wir vor allen Dingen in Zweikämpfen, dass wir da bissig sind, dass wir da weiterhin gierig sind nach Erfolg. Vor allen Dingen auch gegen Rapid Wien ist es extrem wichtig, dass wir am Flügel gut stehen, weil es doch eine Mannschaft ist, die gerade über den Flügel zum Torerfolg kommt. Da müssen wir extrem gut sein und wir wollen nach vorne spielen. Wir wollen auch gegen den Ball gut arbeiten, das haben wir so in den letzten beiden Spielen nicht ganz so gut gemacht. Auch im Ballbesitz war mir nicht so präsent, wie ich mir das vorstelle. Also alle diese Tugenden, die müssen wir am Sonntag zu 100% an den Tag legen. Luko, you know the matches against Rapid, so if you compare it to some special matches in Greece, is it a special match also for you? Yes, it's very special because when I was in Greece, I played like this when we play on Sunday like Rapid. And I believe this match is like a final for us. Aber er versteht auch Deutsch, oder Luko? Nein, du machst Deutsch, Kursi. Dein spezielles Spiel? Not yet. Gibt es noch eine Frage an die beiden? Ja, wie könnte die Geburtstagsfahrt jetzt mit Idealfall ausschauen? Wird der Bus stattfinden? Wäre ein Punkt schon ein Erfolg in Wien gegen Rapid, die ja auch immer schwer auszurechnen waren in dieser Saison und auch für Überraschungen gut sind? Also meine Geburtstagsfahrt, die findet irgendwann im Sommer statt. Weil morgen ist ja leider keine Zeit dazu. Wir bereiten uns ja morgen, haben hier Training, fahren dann nach Wien, bereiten uns auf das Spiel vor. Nochmals am Sonntag ist es einfach wichtig, dass wir gut spielen, dass wir mutig auftreten, dass wir entschlossen sind im Spiel, dass wir giftig sind, aggressiv sind, dass wir Entschlossenheit vor dem Tor zeigen, dass wir unsere Torchancen nutzen, die wir, denke ich, auch am Sonntag bekommen werden, dass wir gemeinsam gut verteidigen, gut angreifen. Und das ist mir wichtig, dass die Mannschaft einfach zeigt, dass sie in den letzten Wochen jetzt viel Selbstvertrauen getankt hat und dass sie gut Fußball spielen kann, dass sie das am Sonntag an den Tag legt. Das ist mir das Wichtigste und sollten uns diese Tugenden alle gelingen, dann bin ich auch überzeugt, dann werden wir auch Punkte von Wien mitnehmen, aber nur dann. Rapid, gibt es einen Spieler, der mit Stürmen in Verbindung gebracht wird? Was sagen Sie zum Spieler Allah, Deni Allah? Ja, er ist ein guter Spieler, er ist ein guter Spieler, sonst wäre er nicht bei Rapid Wien. Und er hat, klar, Qualität, das steht außer Frage. Aber ansonsten habe ich mich mit dem Thema im Moment weniger beschäftigt, weil ich glaube, es ist auch jetzt extrem wichtig, nachdem ja jetzt bekannt wurde, wer dann auch im nächsten Jahr Sportdirektor ist. Wir haben jetzt mal die ersten Gespräche miteinander geführt, haben uns ausgetauscht. Und jetzt wird es wichtig sein, dass wir dann auch nächste Woche, beziehungsweise nicht ich, ich, sondern Günter Kreisel, dass er dann auch Gespräche mit den Spielern führt, die im Moment bei uns sind, wo die Verträge auslaufen, beziehungsweise wo Optionen zu ziehen sind. Und das wird dann der Fall sein und dann werden wir uns, klar, auch mit Spielern beschäftigen, die wir dann auch in der kommenden Saison verpflichten wollen. Wenn das die letzte Frage war, dann danke ich fürs Kommen. Bis Sonntag. Danke.